Lass mich, lass mich da ran, lass mich weg. Hey, komm schon, das ist doch, James, das ist echt nicht nötig. Das ist dämlich. Nein, geh weg hier. Könntest du mir mal vertrauen? Ich bin ein Mann, der in wenigen Wochen die Polizeiakademie abschließen wird. Alter, das ist symbolisch. Also gut. Danke sehr. Aber du musst das Gas andrehen. Ich hab das Gas schon vor fünf Minuten angewiesen. Alles in Ordnung, Angela. Nichts passiert. Hey, James. Du solltest deine Nachbarn anrufen. Ich glaub, ich hab ihren Hund getötet, als ich da rüber geflogen bin. Ich hab wohl Verbrennung im zweiten Grades. Ich denke eher im dritten Grades, denn auf meiner Brust haben sich bereits einige Blasen gebildet.